Um genau 8 Uhr, Stationszeit, hat das Romulanische Reich dem Dominion offiziell den Krieg erklärt. Sie haben bereits 15 Stützpunkte entlang der kardassianischen Grenze angegriffen. Also, das ist ein großer Sieg für die Guten. Wer weiß, vielleicht könnte es sogar der Wendepunkt des ganzen Krieges sein. Heute Abend gibt es in der Offiziersmesse sogar eine Party mit dem Motto Willkommen beim Kampf. Gut.